Die Marine-Sword-Einheit. Eine mysteriöse Einheit der Marine, die zum ersten Mal in One Piece Kapitel 956 erwähnt wurde. Mit Dias Drake und Corby wurden uns zwei Mitglieder dieser geheimen Marine-Sword-Einheit bestätigt und in diesem Video möchte ich gerne über acht weitere mögliche Mitglieder der Marine-Sword-Einheit sprechen. Doch bevor wir mit dem Video starten, wie immer die Bitte, wenn dir dieses Video gefällt, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und abonnier diesen Kanal für wöchentlich neue One Piece Videos. Fangen wir dieses Video mit den zwei bestätigten Mitgliedern der Marine-Sword-Einheit an. Der Kapitän dieser geheimen Marine-Einheit ist Dias Drake. Drake war einst ein Mitglied der Biest-Piraten-Bande. Dort gehörte er zu den Tobiropo, den stärksten Headlinern der Biest-Piraten-Bande. Drake wurde uns während des Sabaody Archipel-Arcs bereits vorgestellt. Dort wurde er uns als ein ehemaliges Mitglied der Marine präsentiert, welches dann aber zu einem Piraten wurde. Drake taucht auch in dem Flashback von Lore auf. Dort wird er nach dem Mord an seinem Vater von der Marine gerettet und dadurch ist er dann wahrscheinlich auch zur Marine gekommen. Während des Timeskips wurde Drake dann ein Mitglied der Biest-Piraten-Bande und dort hat er sich dann bis zu einem Mitglied der Tobiropo hochgearbeitet. In Kapitel 956 stellt sich dann aber heraus, dass Drake weiterhin ein Mitglied der Marine ist und diese nie verlassen hat. Drake hatte den Auftrag, die Biest-Piraten-Bande zu infiltrieren, doch leider ist sein Vorhaben in Kapitel 990 gescheitert. Queen und Who's Who haben von Drakes Verrat erfahren und sie attackieren ihn und Drake muss daraufhin flüchten. Ihm kommen bei dieser Flucht die Worte von Corby über Ruffy in den Sinn. Ohne eine andere Wahl zu haben, fragt Drake, ob er sich mit Ruffy verbünden darf. Mittlerweile kämpft Drake auf der Seite von Ruffy und wurde auch von einigen anderen Mitgliedern der Allianz akzeptiert. Unter anderem von Zorro und Chopper. Welches Ziel die Sword-Einheit verfolgt, wurde aktuell noch nicht offenbart, aber darauf möchte ich in diesem Video auch noch gerne eingehen. Dazu aber später mehr. Das zweite bekannte Mitglied der Marine Sword-Einheit ist Corby. Auch Corby wurde in Kapitel 956 als Mitglied dieser geheimen Marine Sword-Einheit offenbart. In den letzten zwei Jahren, als Corby der Marine beigetreten ist, hat er sich bereits sehr weit hochgearbeitet. Corby ist einer der Charaktere, der weiß, dass Drake in Wirklichkeit weiterhin undercover für die Marine arbeitet. Nachdem das System der Samurai der Meere auf der Reverie abgeschafft wurde, hat sich Corby auf dem Weg zu Boa Hancock gemacht. Auf Amazon Lily möchte er diese festnehmen. Interessant ist hier, dass Corby als auch Hancock eine wichtige Beziehung zu Ruffy haben. Eventuell wird diese Verbindung der beiden zu Ruffy dafür sorgen, dass Corby Hancock nicht festnimmt. Wie Corby ein Mitglied der Marine Sword-Einheit wurde, darüber spreche ich im weiteren Verlauf dieses Videos. Wir müssen uns nämlich jetzt die Frage stellen, warum es diese geheime Einheit in der Marine überhaupt gibt und wer dazugehört und wer über diese Einheit Bescheid weiß. Ich vermute, dass die Sword-Einheit gegründet wurde, um mächtige Piratenbanden zu infiltrieren, um geheime Informationen von diesen zu erhalten, um sie dann schlussendlich aufzuhalten bzw. sie gefangen zu nehmen. Um ein Mitglied der Sword-Einheit zu sein, muss man über ein bestimmtes moralisches Denken verfügen. Es wird nicht der klassische Marinesoldat gesucht, sondern jemand, der auch bereit ist, moralisch fragwürdige Taten für das richtige Ziel zu tun. So hat zum Beispiel Dias Drake das Dorf Amigasa auf Wano Kuni zerstört, obwohl er ja eigentlich ein Mitglied der Marine ist. Wahrscheinlich hat er dabei niemanden ermordet, aber dennoch wurde dafür gesorgt, dass die Heimat von bestimmten Charakteren zerstört wurde. Wir als Leser und Leserinnen können es ihm aber verzeihen, weil wir wissen, dass er es aus den richtigen Taten tut. Nachdem geklärt ist, wofür die Marine Sword-Einheit gut ist, sollten wir jetzt darüber sprechen, wer sie gegründet hat. Ich vermute nämlich, dass Sengoku die Marine Sword-Einheit gegründet hat. Sengoku ist der ehemalige Flottenadmiral der Marine. Er hat die mythologische Hito Hito no Mi verzerrt und dadurch kann sich Sengoku in einen goldenen Buddha verwandeln und mit Druckwellen um sich schießen. Sengoku kennt als Flottenadmiral die Geheimnisse der Welt von One Piece sowie die Gefahr, die manche Charaktere in diesem Universum darstellen. Wir wissen außerdem, dass Sengoku bereits einmal für einen Undercover-Einsatz in der Marine bekannt war. Dabei handelt es sich um die Infiltrierung der Donkey-Shot-Piratenbande durch Donkey-Shot-Rosinante. Sengoku und Rosinante haben ähnlich wie Drake und Corby per Code-Wörter über ihre Teleschnecken gesprochen und beide Teams waren bei der Undercover-Infiltrierung einer Piratenbande zuständig. Rosinante hat die Piratenbande seines Bruders Doflamingo ausspioniert und Drake die Biest-Piratenbande. Als Flottenadmiral hätte Sengoku durchaus die Mittel gehabt, um eine geheime Einheit in der Marine zu gründen, um so dafür zu sorgen, dass Informationen über mächtige Piratenbanden gesammelt werden. Interessant wäre hier auch, wenn die Sword-Einheit nach dem Untergang der Rocks-Piratenbande gegründet wurde, damit die Marine von Anfang an den Aufstieg einer so mächtigen Piratenbande verhindern kann. Neben Sengoku wäre somit auch Rosinante ein Mitglied dieser Einheit gewesen. Wir können stark davon ausgehen, dass die normalen Marinesoldaten nichts über die geheime Sword-Einheit wissen. Denn immerhin hat Boss Salino Drake auf dem Sabaody Archipel attackiert. Natürlich könnte das Ganze auch Teil des Plans gewesen sein, damit es authentisch wirkt, dass Drake ein Pirat ist. Gleichzeitig wusste Vergo, der Vize-Admiral, aber auch nichts über Rosinante, bzw. dass dieser ein Mitglied der Marine war. Obwohl ja Vergo in der Zeit selbst ein Mitglied der Marine war. Rosinante ist es gelungen, viele Informationen über seinen Bruder und seine Pläne an Sengoku weiterzugeben. Wie aber bereits erwähnt, haben die Mitglieder der Marine Sword-Einheit ein besonderes Moralverständnis. So hat zum Beispiel Rosinante, sofern er ein Mitglied von Sword war, gegen das Ziel von seinem Vorgesetzten gearbeitet, um das Leben von Lore zu retten. Die nächsten Mitglieder der Sword-Einheit habe ich ausgewählt, weil sie den bereits bekannten Mitgliedern der Sword-Einheit in irgendeiner Form nahestehen. Als nächstes würde ich nämlich Monkey D. Garb als Mitglied von Sword vorschlagen. Wenn Korbi ein bestätigtes Mitglied der Sword-Einheit ist, welcher seit Beginn seiner Marine-Karriere von Garb trainiert wird, dann wird Garb sehr wahrscheinlich auch zu dieser Einheit gehören. Außerdem stehen sich Garb und Sengoku sehr nahe. Wenn Sengoku als Gründer von Sword bestätigt wird, dann wäre Garb noch wahrscheinlicher als Mitglied. Falls Garb kein Mitglied sein sollte, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er von der Sword-Einheit Bescheid weiß. Immerhin sind sich Garb und Sengoku moralisch sehr ähnlich. Beide waren eine Art Ziehvater für einen Charakter. Garb für Ace und Sengoku für Rosinante. Gemeinsam mit Garb und Sengoku könnte ich mir den dritten Charakter in diesem Bunde auch als Mitglied der Sword-Einheit vorstellen. Dabei handelt es sich um Zuru. Diese wird nämlich oft in Verbindung mit Garb und Sengoku erwähnt. Die drei sind in einem ähnlichen Alter zur Marine gekommen. Auch Zuru war in dem ganzen Sengoku-und-Rosinante-Plot verwickelt. Sie hat Doflamingo verfolgt und sich als Ziel gesetzt, diesen gefangen zu nehmen. Leider wurde Doflamingo im weiteren Verlauf der Handlung zu einem Mitglied der Samurai der Meere. Erst als Doflamingo von Ruffy besiegt wurde, konnte Zuru ihr Ziel endlich erreichen und Doflamingo gefangen nehmen und im Impel Down einsperren. Zuru, Sengoku und Doflamingo haben außerdem in Kapitel 234 ihr erstes Gespräch. Hier wird bereits ihre gemeinsame Verbindung angedeutet. Doflamingo spricht über die Geschäfte, die auf seiner Insel gut laufen und Sengoku findet es nicht gut zu hören, dass die Geschäfte eines Piraten gut laufen. Die Insel, von der Doflamingo spricht, ist natürlich Dressrosa und mit den Geschäften ist sehr wahrscheinlich sein neues Smile-Business gemeint. Dieses wurde nämlich bereits vor dem Timeskip gestartet. Denn im Sabaody Archipel-Arc sagt Doflamingo zu Disco, dem Eigentümer des Human Auction-Haus, das Sklavenhandel ihn nicht mehr interessiere und jetzt das Zeitalter der Smile ist. Dass Sengoku und Rosinante bereits zur Sword-Einheit spekuliert werden, würde es mich nicht wundern, wenn Zuru auch dazugehört. Immerhin war sie in den ganzen Doflamingo-Plot aus Lors Flashback mit eingebunden. Neben diesen hochrangigen Mitgliedern kann ich mir auch den ehemaligen Admiral Kusan als Mitglied der Sword-Einheit vorstellen. Immerhin hat Kusan vermeintlich die Marine verlassen und arbeitet nun mit Blackbeard zusammen. Die Beweggründe, warum sich Kusan mit Blackbeard verbündet hat, sind aktuell noch unklar. Als jedoch herauskam, dass es eine geheime Marine-Einheit gibt, haben viele Mitglieder der Community bereits spekuliert, dass Kusan zur Sword-Einheit gehört. Es macht nämlich absolut keinen Sinn, dass Kusan auf einmal seine Werte verrät und sich Blackbeard anschließt. Wenn er dies aber tut, um relevante Informationen von Blackbeard zu erhalten, dann machen die Taten von Kusan wieder Sinn. Wir wissen bisher, dass die Sword-Einheit Piratenbanden infiltriert. Wer sagt also nicht, dass Kusan die Blackbeard-Piratenbande infiltriert hat und ähnlich wie Drake immer noch ein Mitglied der Marine ist? Ähnlich wie bei Rocinante würden dann die normalen Mitglieder der Marine nicht wissen, dass Kusan zur Sword-Einheit gehört. Es würde einfach keinen Sinn ergeben, wenn Kusan auf einmal sein bereits bekanntes moralisches Denken ablegt, um sich einem Charakter anzuschließen, der für alle steht, wofür Kusan nicht steht. Daher vermute ich Kusan als Mitglied der Sword-Einheit und als wichtigen zukünftigen Verbündeten im Krieg mit der Blackbeard-Piratenbande. Diese drei letzten Charaktere werden genannt, weil sie ein ähnliches moralisches Verständnis haben, wie die bereits vorgestellten Charaktere. Dabei handelt es sich um Smoker, Tashigi und Helmepo. Smoker und Tashigi sind die ersten namentlich guten Marine-Mitglieder, die uns in der Handlung vorgestellt werden. Smoker und Tashigi waren lange Zeit Feinde der Strohhutbande, doch seit dem Pankazad-Ark sind sie jedoch Verbündete von diesen. Dadurch haben sie bereits ein moralisches Denken, welches sich von anderen Mitgliedern der Marine unterscheidet. Sie wissen, dass Piraten nicht automatisch böse sind und es einige von ihnen gibt, die sogar mit der Marine zusammenarbeiten. Da Smoker und Tashigi uns als die guten Mitglieder der Marine präsentiert wurden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch zu der Sword-Einheit gehören. Denn immerhin sind die bereits bekannten Mitglieder der Sword-Einheit als auch die spekulierten Alles-Charaktere, die versuchen, das moralisch Richtige zu tun. Daher würde ich auch Helmepo als Mitglied der Sword-Einheit vorschlagen. Wir wissen, dass Korbi ein Mitglied dieser Einheit ist. Falls sich Garb auch als ein Mitglied der Sword-Einheit herausstellen sollte, dann würde es durchaus Sinn ergeben, dass auch sein zweiter Schützling zu dieser Einheit gehört. Helmepo hat seit dem Romans-Dawn-Ark eine enorme charakterliche Entwicklung durchlebt und er ist nicht mehr derselbe Charakter, der er zu Beginn der Handlung war. Auch wenn es noch nicht bestätigt ist, spricht doch einiges dafür, dass er zur Sword-Einheit gehört. Das war's dann mit den potenziellen Mitgliedern der Marine Sword-Einheit. Schreib mir gerne in die Kommentare, wen du als Mitglied der Sword-Einheit vermutest. Wie schon so oft erwähnt, deine Interaktion mit dem Video helfen dem Kanal enorm weiter, denn je mehr von euch mit dem Video interagieren, desto mehr pusht der ominöse YouTube-Algorithmus dieses Video. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an unsere Patreons und YouTube-Mitglieder Dominik Braunseis, Marco Teekart, Nils Otte, Fuselwind, Nils Beretsmann, Thomas Fietter, Marius Olehes, Marc Fees, Gorgsen, Riccardo Baumann, Becke, Konstantin Mauf und Jans rollende Welt aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support, Boys. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein Patreon oder ein Mitglied des Romans-Dusk-YouTube-Kanals zu werden. Für euren Support erhaltet ihr exklusive Inhalte. Zum Beispiel gibt es ein monatliches Update-Video rund um den Romans-Dusk-YouTube-Kanal mit Infos zu neuen Videos und Formaten sowie zu den Einnahmen vom Kanal. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Videos oder Podcasts bereits vorher zu schauen oder zu hören und es gibt die Möglichkeit, am Ende von Videos namentlich erwähnt zu werden. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Video. Take care, ciao!